Ist aber alkoholfrei, oder? Bitte? Ist aber alkoholfrei, oder? Nein, nein. Wollen Sie einen Schluck? Nee, danke. Auf der Wetterarbeit habe ich nicht trinken. Echt nicht? Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen wieder bei Flexit. Dein Spaß beiseite Leute. Heute ist es wieder Zeit für McDonalds Prank. Ich bin wieder in Bochum. Ich war letztes Mal schon hier und habe diesen Prank gesehen mit dem Einstaffprank. Das hat wirklich so gut geklappt. Und die Mitarbeiter waren so mega nett. Und deswegen musste ich hier einfach heute nochmal hinfahren. Und heute werde ich so tun, als ob ich richtig besoffen bin am Steuer. Also ich habe hier so ein paar Flaschen, Leute. Keine Ahnung, ob ihr es kennt. Aber Leute, ich trinke so eine Scheiße nicht, weil es schmeckt mir nicht. Keine Ahnung, wo ich die hier habe. Von irgendeiner Familienfeier hatten wir die noch zu Hause stehen. Deswegen habe ich die einfach mal mit Wasser gefüllt. Und ich werde jetzt in Drive reinfahren und so richtig auch besoffen tun. Und bin da auf die Reaktion der Mitarbeiter gespannt. Weil letztes Mal waren die wirklich mega nett, ob die mich weiterfahren lassen. Ich weiß es nicht. Ist auch egal, Leute. Ich werde es einfach jetzt mal probieren. Und wenn ihr wollt, dass ich irgendwas mache, worauf ihr Bock habt, Leute. Dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich werde wieder versuchen, alles zu beantworten. Lasst mir ein Like da. Und vielleicht sogar ein Abo, Leute. Ich würde mich riesig freuen. Und schon jetzt ganz viel Spaß beim Video. So, Leute. Anschnall brauchen wir nicht. Wir sind ja alkoholisiert. Starten wir. Wir müssen jetzt ein bisschen. Ja, komm, anschnallen muss schon sein. Sonst kommt die Polizei. Prost, Felix. Wir müssen jetzt zweite Flasche hier ran, Jungs. Komm, haben wir Ihre Bestellung, bitte? Hi, ich hätte gern einen Hamburger. Ja, kommt noch was dazu? Haben Sie Bier? Eine Euro dann am nächsten Fenster, bitte. Haben Sie Bier? Bitte? Haben Sie Bier? Wir haben Bier leider nicht da. Und Wodka? Auch nicht. Aber alkoholische Getränke haben wir gar nicht. Ich komm mal vor. Okay. Bisschen Schlangenlinfen. Hi, Prost. Danke. Ja, ich hätte gern einen Hamburger. Hamburger? Ja. Ein Euro dann. Ich schau mal was ich hab. Ist aber alkoholfrei, oder? Bitte? Ist aber alkoholfrei, oder? Nein, nein. Wollen Sie einen Schluck? Nein, danke. Auf der Wetterarbeit darf ich nicht trinken. Echt nicht? Nein. Ich hab auch... Ja, iss mir. Bitte? So viel davon sollst du aber auch nicht trinken. Ist mir scheißegal. Hier, Wodka. Nein, danke. Darf ich nicht. Oh. Opa, da hab ich gekleckert. Oh, ich muss ein bisschen ruhiger machen. Wie viel bekommen Sie? Einen Euro. Was wollten Sie sagen? Einen Euro bekommen. Okay, boah. Du solltest wirklich nicht dafür, dass wir trinken können? Ja, ein bisschen. Ein Stunde ohne sie noch, dann fahr ich weg. Hier, zwei Euro rechts Trinkgeld. Für Sie, bitteschön. So, Trinkgeld müssen wir leider nicht nehmen. Dann machen Sie das einfach. Ich hab's nicht, ich seh's nicht. Leider nicht. Echt nicht? Leider nicht. Ich komme später nochmal, Jungs. Ja. So. Aber hier dann ein Schluck für mich. Darf nicht Wetter, aber trinken. Du solltest auch nicht so viel trinken beim Fahren. Ein bisschen geht, komm. Normalerweise, ich hätte es so fahren lassen sollen. Nicht. Ich mein, bis 0,3 darfst du ja, aber. Nein, da hab ich auf jeden Fall rüber. Im besten ist 0. Ich hab so durstig, boah. Aber ich mein Essen schon war ich, ne? Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Ja. 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 Ich bin jetzt zu Hause, ey. Bis der nächste kommt. Aber eigentlich wie gesagt, sollte ich dich nicht fahren lassen. Ich fahr aber jetzt einfach. Mach's gut. Ich zieh einfach jetzt durch, ey. Mach's gut, ne? Wir sehen uns. Hau rein, ciao. Prost. So Leute, jetzt bin ich wieder normal. Ey, ich hab die Flasche ins Weck gepockt. Mein ganzes T-Shirt ist so nass. Ich hab mich so vollgesabbert, ich Idiot. Aber der Mitarbeiter war wirklich mega korrekt. Ich will das jetzt auflösen, weil er meinte, ich kann ihn nicht fahren lassen. So nicht, dass er noch ein bisschen irgendwie Angst bekommt oder keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Und wir lösen jetzt eben auf. Mir geht's gut. Keine Panik auf der Titanic. Ich hatte da nur Wasser drin. Sorry. Ich hab mir keine Sorgen gemacht. Ich wollte dir das gar nicht mehr fahren lassen. Na, alles gut. Ehrlich. Also ich hatte jetzt auch ein bisschen Angst, dass du irgendwie das denkst oder so. Dass du irgendwie besoffen willst, durch die Gegend fahren. Irgendwie Kinder umhauen oder so. Nee, alles cool. Bis gleich. Danke dir, ne? Mach's gut, ne? Ciao. 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 Leute, wie chillig war der Mitarbeiter? Ich hab's einfach jetzt ganz kurz wieder aufgelöst. Und der... Guck den noch, ne. Der war so korrekt. Leute, ich kann aber hier nicht mehr hinfahren. So. Ich weiß, ihr habt mich diesmal nicht erkannt. Aber ich hab ja hier schon mal den Einschlaf-Prank gemacht. Aber wie chillig war er jetzt schon wieder drauf, ne? Ich komm nicht drauf. Klar, ey. Bester McDonalds hier in Bochum, Leute. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ja, Leute. Da war wirklich nur Wasser drin. Ich bin eigentlich relativ gut drauf gerade. Der Mitarbeiter hat wirklich mega gut reagiert. So. Ich muss das jetzt nochmal auflösen. Weil es kann ja nicht sein, dass ihr denkt, ich fahr hier besoffen durch den Ruhrpark. Ich hoffe, das Video euch gefallen. Denkt dran, wieder einen Kommentar zu schreiben. Ich werd's versuchen, alle wieder zu beantworten. Und es würd mich riesig freuen, wenn ihr den Like da lassen würdet. Und mich sogar abonnieren würdet, Leute. Ihr kennt mein Ziel. 100.000 Abonnenten müssen kommen, Leute. Und ja, ich werd jetzt gleich noch den Burger essen. Heute gönne ich ihn mir mal. Heute hab ich mir den Burger rein. Und ja, Leute. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.